Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen bzw. in Ihrer jetzigen Position gelandet? Ja, es ist ein Familienbetrieb. Ich bin sozusagen der Enkel vom Gründer. Der war Radio-Fernsehtechnikermeister. Mein Vater war Radio-Fernsehtechnikermeister und für mich war es eigentlich schon von Kindheit an klar, dass ich in den Betrieb auch rein möchte und das auch machen möchte. Ich habe jetzt Informationselektroniker gelernt. Das ist quasi der Nachfolgeberuf und ja, ich denke da war der Weg für mich immer schon relativ klar. Was ist bzw. macht die Wangeroo GmbH? Wir sind eigentlich ein Werkstattverbund, also wir sind ein Netzwerk aus ca. 1000 Werkstätten in Deutschland und wir reparieren eigentlich alles, was ein Kabel hat bzw. alles was mit Akku betrieben wird, also alle möglichen elektronischen Geräte. Wir schauen immer, was gibt es noch, wo eine Werkstatt Geld verdienen kann mit der Reparatur. Das wird leider immer schwieriger und das ist eigentlich so unser Schwerpunkt. Wir machen Werbung für Werkstätten, wir machen Schulungen um Technikern beizubringen, was sich eben in der Reparatur jetzt aktuell lohnt und haben natürlich auch eine eigene Werkstatt, in der wir alle Dinge, die wir dann nachher an den Mann bringen, auch selber ausprobieren. Neu oder gebraucht? Hat sich in den letzten 30 Jahren genug getan, um es recht zu fertigen, alles neu zu kaufen? Oder kann ich nicht besser eine ältere HiFi-Anlage aus einer damals höheren Preisklasse kaufen? Also es hat sich in den letzten 30 Jahren vieles getan, aber leider eigentlich nichts zum Positiven. Insofern würde ich persönlich einer alten Anlage immer den Vorzug geben, wenn es einem wirklich um Tonqualität geht. Einziger Fortschritt, den wir in den letzten Jahren hatten, ist einfach die Bedienbarkeit. Es ist alles smart geworden und wenn man das möchte, dann kann man auch eine alte Anlage aufrüsten. Das ist auch möglich. Der Ton, der Klang, die Qualität, die Langlebigkeit, auch die Reparierbarkeit, das ist alles bei alten Geräten viel, viel besser, wie bei den neueren. Also bei den älteren Geräten ist einfach noch viel made in Germany oder zumindest mal in europäischer Produktion. Da war einfach das Selbstverständnis klar, es gibt Unterlagen, es gibt Support, es gibt auch Ersatzteile. Es wurde auch viel standardisiert verwendet. Bei den neueren Geräten oder bei den neueren HiFi-Anlagen ist es wirklich fast nur noch der Preis, der irgendwo entscheidend ist. Und es wird alles irgendwo in Fernost produziert, unter teilweise auch fragwürdigen Bedingungen. Und da ist natürlich das Thema Reparatur eigentlich, spielt gar keine Rolle. Es geht einfach nur darum, möglichst günstig zu produzieren. Und das ist natürlich auch ein Kaufargument heutzutage. Aber wenn es dann wirklich um Qualität geht, dann würde ich dem alten auf jeden Fall den Vorzug geben. Was lohnt sich zu reparieren oder gar mit Neuerungen in die Neuzeit zu holen? Was ist der klangliche Unterschied zwischen Röhre und Transistor und warum werden heute nur noch Transistoren verbaut? Gut, was lohnt sich zu reparieren? Das ist eine relativ individuelle Entscheidung. Meiner Meinung nach lohnt sich alles zu reparieren, was lange funktioniert hat. Weil da weiß ich, die Qualität stimmt, es ist langlebig. Wenn ich jetzt ein neues Gerät habe, was möglicherweise schon während der Garantie oder kurz danach das erste oder zweite oder dritte Mal kaputt gegangen ist, dann ist natürlich die Frage, lohnt sich hier eine Reparatur? Wenn ein Gerät nach zehn Jahren kaputt geht, dann ist die Antwort eigentlich klar. Ja klar, hier lohnt sich die Reparatur, weil dieses Gerät hat bewiesen, dass es langlebig ist. Der klangliche Unterschied zwischen Röhre und Transistor und warum werden nur noch Transistoren verbaut. Also Transistoren werden nahezu ausschließlich nur noch verbaut, weil sie eben günstiger in der Produktion sind, weil sie kleiner sind, weil sie weniger Strom verbrauchen, aber nicht wegen dem Klang. Also der Klang ist bei der Röhre eigentlich angenehmer und besser. Also da hat man keinen Vorteil. Bei wirklich hochpreisigen Verstärkern wird auch nach wie vor teilweise Röhrentechnik eingesetzt. Wenn Sie die Wahl hätten, Tonband oder Kassette, Schallplatte, CD, MP3, welche wäre Ihr Favorit und wieso? Also klanglich ganz klar, Tonband und Schallplatte. Wenn es jetzt darum geht, meine Musiksammlung mit in den Urlaub zu nehmen, würde ich wahrscheinlich dann MP3 nehmen. Es ist halt einfach komfortabler. Das kommt immer ganz darauf an. Wenn man wirklich Musik in bester Qualität genießen möchte, dann ist Tonband und Schallplatte nach wie vor ungeschlagen. Wie und wo kann man gute, alte, gebrauchte Verstärker, HiFi-Anlagen kaufen? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Anlaufstation Nummer 1 wäre meiner Meinung nach der Fachhändler, der Radio-Fernsehtechniker am Ort oder im Nachbarort. Da mal nachfragen, ob er vielleicht so etwas anbietet. Alternativ auf verschiedensten Online-Börsen mal schauen, ob es da vielleicht was Aufbereitetes schon gibt. Flohmärkte oder sonstige Veranstaltungen, wo eben gebrauchte Ware verkauft wird, ist oft auch eine ganz gute Art, um was zu finden. Und ja, ich sage mal, in der Familie nachfragen. Vielleicht gibt es noch vom Opa irgendwie eine alte Stereoanlage, die nicht mehr benutzt wird. Hier ist dann oftmals, ich sage mal, bis so Mitte der 90er wurde hier wirklich auf Qualität geachtet. Das war dann das Thema Nummer 1. Wie gut ist der Klang? Und danach hat es dann angefangen, wirklich nur noch um den Preis zu gehen. Also hier wirklich eher lieber ein bisschen was Älteres sich besorgen. Und da hat man dann wesentlich mehr Freude dann daran. Früher hat ein Musikschrank ein Vermögen gekostet. Warum ist HiFi heute so günstig? Also früher war es einfach sehr viel Handarbeit. Die Geräte wurden in Manufakturen hergestellt, in überschaubarer Stückzahl. Die Technik an und für sich war auch aufwendiger. Die ganzen Röhren und es wurde alles handgemacht in Kleinserien. Heute wird im Prinzip in drei, vier Fabriken der gesamte Bedarf für die Welt produziert. Wir haben damals, ich sage mal, Hölzer verwendet aus heimischen Wäldern. Heute werden Rohstoffe aus, ich sage mal, Bergwerken irgendwo in Afrika gefördert mit Kinderarbeit. Das macht natürlich die Produkte auch günstiger. Das war früher kein Thema. Deswegen ist HiFi so günstig geworden, weil es halt einfach nur noch Schrott ist auch, muss man auch sagen. Es ist viel schnellläufiger geworden. HiFi verbraucht sich nach kürzester Zeit mittlerweile. Man hat früher sowas gekauft. Das hat man gedacht für ein Leben lang. Und ja, da ist das Selbstverständnis einfach heute ein ganz, ganz anderes. Was lohnt sich qualitativ aufzuheben? Ist eine wichtige Frage, weil eigentlich die Empfehlung ist, Elektroschrott oder alte Elektronik, auch funktionierende Dinge, die man nicht mehr braucht, zurück in den Kreislauf zu führen, sprich zum Entsorger oder zur Wiederverwendung zu geben, einfach um die Ressourcen, die dort verbaut sind, die teilweise auch selten sind, in den Kreislauf zurückzubringen. Ist ganz wichtig. Bei wirklich alter Technik, wo jetzt nicht mit Platinen gearbeitet wurde, sind keine seltenen oder wenig seltenen Rohstoffe verbaut. Da ist es nicht so ein Problem. Ansonsten alles, was mit Elektroniken und ja, ich sage mal, SND-Bauteilen und so weiter ausgestattet ist, wenn es nicht mehr gebraucht wird, am besten, wenn es funktioniert, weiterverkaufen, dass es einfach wieder einen weiteren Nutzen hat. Ansonsten, wenn man, ich sage mal, dazu jetzt keine Zeit oder keine Lust haben sollte, einfach dann zu einem Rohstoffhochhof oder eben zur Stoffverwertung zu bringen. Was war dein verrückterter Auftrag? Okay, ja, also wir hatten einmal ein Röhrenradio, beziehungsweise eigentlich war es nur ein Schallplattenschränkchen. Da war außer dem Plattenspieler nichts drin und da war der Kunde, ja, ich sage mal, relativ offen, was wir machen konnten. Dem haben wir eine kleine Mini-Disco dort eingebaut. Er hat eine Diskokugel reinbekommen und wenn man die Türen geöffnet hat, dann sind die Lautsprecher rausgefahren und das hatten wir dann auch noch ziemlich cool lackiert und ja, ich sage mal, neu designt. Ist ein sehr, sehr schönes Stück geworden und das war so vielleicht, sage ich mal, das Verrückteste, was jetzt diese Röhrenradios angeht. Was ist ein Raspberry Update? Wann oder was kann mein Gerät danach, was nicht mehr? Das ist ein Raspberry Upgrade nennen wir es, weil es, ich sage mal, eine Verbesserung der bisherigen Nutzung ist. Wir nehmen so ein altes Röhrenradio zum Beispiel und bauen eben ein Raspberry ein. Raspberry ist ein Mini-Computer, der, ich sage mal, auf kleinstem Raum sehr, sehr viele Funktionen vereint. Den bauen wir in ein altes Röhrenradio ein. Es heißt, alle Funktionen, die das Röhrenradio davor hatte, bleiben erhalten, aber ich habe eben zusätzlich auch die Möglichkeit, moderne Dinge zu nutzen. Ich kann verschiedenste Streaming-Dienste darüber laufen lassen. Ich kann vom Handy Musik über das Radio laufen lassen. Ich kann einen USB-Stick anschließen. Ich kann eigentlich, ich sage mal, alles, was so ein moderner Lautsprecher können muss, kann ich damit machen und habe aber wirklich dieses wunderschöne alte Gerät mit diesem wunderschönen alten originalen Röhrenklang. Und ich denke mal, das ist schon was ziemlich Ungewöhnliches, was eigentlich fast einmalig ist, weil dieses Gerät, was man dann eben dort hat, das gibt es in der Form und so kein zweites Mal. Ich habe ein altes Gerät und möchte dies auf den technischen, auf den neuesten technischen Stand bringen. Kann ich das machen? Jein, also das ist ein bisschen schwierig. Es kommt so ein bisschen darauf an. Also im HiFi-Bereich funktioniert das relativ gut. In anderen Bereichen würde es funktionieren, aber da ist es dann so ein bisschen komplexer, weil ich einfach mehr Komponenten habe, die dann mitspielen. Beispielsweise Waschmaschine. Prinzipiell ist es denkbar, dort die Elektronik zu ersetzen mit einer neueren, moderneren Steuerung. Ich habe aber hier wirklich ganz, ganz viele Komponenten, die überwacht werden müssen. Wie viel Wasser ist drin? Wie lange ist das Wasser reingelaufen? Wie warm ist das Wasser? Ist die Türe zu? Und so weiter und so fort. Da müssen ganz viele Dinge geklärt werden. Das ist deswegen wesentlich aufwendiger wie beim Audio-Bereich, wo es einfach normal ist, dass ein externes Gerät angeschlossen wird. Und im Prinzip ist es ja nur ein externes Gerät. Was ich auf jeden Fall eigentlich fast immer machen kann bei einem alten Gerät, wenn es nicht mehr richtig funktioniert, ist es einfach reparieren zu lassen. Weil die Leute früher, die haben auch gewusst, was gut ist. Und vielleicht sogar ein bisschen besser gewusst, wie wir heute. Und insofern ist da oftmals, wenn es wirklich den wieder den alten Nutzen bekommt, wenn es wieder auf Vordermann gebracht wird, eigentlich alles gegeben, was ich brauche. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.